Hallo Leute, hier kommt in einer neuen Folge von Dave, wir waren eben zu behindert um zu sprengen, wir sind jetzt wieder gestorben, deswegen war der Part zu Ende Wir sind aber wenigstens ein bisschen weiter gekommen in diesem Part Und ja, wir müssen jetzt hier nur noch irgendwie hoch runter So, ich habe mich noch hier Ich habe mich noch hier Ich habe mich noch hier Ach da geht, da ist ein Weg Ach so, da war ich ja eben gerade dran Ich muss die Digger benutzen und natürlich WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Oh, come on. ich glaube das bleibt es sehr brauerig ich bin immer tot Oh, ich komme schon da hin. Da, hier kann ich auch. Lagerraum, ich habe das Schloss am Lagerraum angebracht, Schwester. Mit steigender Anzahl der Götzen müssen wir auch unsere Vorräte besser schützen. Ich vertraue darauf, dass du nur den öffnest, die es überhofftet, die haben gepriesen. Sei Orion. Verdammt, das war der Versorgung. So, hier sind wir schon wieder. Das waren diese Abscheulichkeiten. Die Geräusche zieht sie an. Haltet die Augen offen, Brüder. Ich muss schlafen. Ah, jetzt habe ich einen Pfeil. So hungrig. Hier gehst du schon. Ich brauche eine Pause. Warum habe ich mich gewartet? Behinderte Kinder immer. Wie vor einer Schule. Nur eine Z, eine Sorangenare. Alle behindert. So. Ah, nee da rein noch. Ich fühle mich nicht besonders. Oh! Ich bin ein Mann mit Schlag. Bleib stehen! Der Tremor ist kostenlos! So wurscht. Die Wache hat knießbar. Wir würden alle für Orion sterben, Ungläubiger! Da ist er! Ich hab ihn! Oh, das war's!